Ja Hallöchen, Herzlich Willkommen zur 108. Folge von Andreas Schubautransporte hier im Eurotruck Simulator 2 mit TDIP, dem Programm für den eigenen Auflöcher und den Hard Economic Markt von Klaas. Ja das ist genau der Kreisverkehr aus der letzten Folge, genau gesagt aus dem Ende der letzten Folge. Ihr habt also nichts verpasst. Ihr habt nichts verpasst. Für die, die doch was verpasst haben, die die letzte Folge nicht gesehen haben, wir haben in der letzten Folge in Tornjo geladen. Etwas über sieben Tonnen Dost-Thunfisch. Für Wakaos. Alles hier in Finnland hier. Also eine kurze Strecke, 543 Kilometer. Hier wäre es mal besser als nichts. Wir haben es auch nicht mehr weit. Nicht immer mehr 100 Kilometer von hier aus. Also noch eine sehr übersichtliche Distanz. Wir laden auf jeden Fall diese Folge ab. Übrigens Ableutezeiten seitens TDIP auch kein Problem. Wir können an Wochentagen, 24 Stunden abladen. Wenn du jetzt nicht rausgeformt bist, weißt du selber nicht, oder? So, mal gerade hinsetzen hier. Hier nicht bei den Hütten dötten. Finde ich geil hier, dass wir 80 fahren da aus dem Finnland. Finde ich richtig geil. Also auf den Landstraßen, ne? Habt's gelesen, Wakao ist 56 Kilometer. So, da vorne dürfen wir rechts abbiegen. Das sagt uns zumindest unser Navigationsgerät. Schauen wir mal, ob das wirklich an dem ist. Vorwegweiser hatten wir nicht. Aber Wakaos steht hier mit dran. Sehr schön. Haben wir eine schöne, oh voilà. Große Kreuzung. Anfragen der Technik. Huiiii. Harking Zwaar. Technik Ruhs 6. Vorsicht Linkskurve. So, da müssen wir dann langsam dort sein, wie ist die Firma Postbett. Postbett ist unsere Abladsstelle. Da müssen wir dann mal Ausschau halten. Hier bloppt schon mal mal Chaos auf dem Navi auf. Da hinten sehe ich schon Steine rauchen, also gehe ich mal davon aus, dass das die Wirtschaft ist. Wenn sie nicht gerade bergauf gehen würde, würde ich sagen wir gehen schon mal vom Gas. Jetzt gehen wir wirklich vom Gas, weil hier ist nämlich 50. Beziehungsweise sind jetzt, sind wir jetzt auch schon in der Wirtschaft drinnen. So, Freunde der Blasmusik. Ich habe es mir bei Tour Beginn schon auf der Karte angeguckt. Es dürfte die Firma sein, hier diese Postfirma oder was es darstellen soll. Und hier ist, glaube ich, hier ist Postbett. Jawohl. Schauen wir den noch hier ab. I'm afraid. So, aber wir haben sogar eine freie Rampe hier. Nee, doch nicht. Donnen, wo denkst du hin? Hat man noch nie bei so einer Firma hier. Wir mussten sie uns immer vor diese Paletten stellen. Immer vor diese Paletten. Aber, es soll uns egal sein. Ich boxiere da garantiert keine Thunfischbüxen an den Paletten vorbei. Das könnte ich schön selber machen. Und im Gegensatz zur Realität Da habe ich so die Erfahrung gemacht. Dass sie das auch tatsächlich hier selber machen. Dass hier nicht der Fahrer abladen muss. Das gibt es wirklich nur in Europa. So ein Sch... Gut. Okay. Wie gesagt. Ich wollte aussteigen aus meinem Frachtwagen. Aus meinem großen schwarz-roten Traumfrachtwagen. Und ich trampel mal hier rein. In die Bude. Und werfen meine Papiere auf den Tisch und melden mich an. Und melden mich bei euch nach einem kurzen Schnitt wieder mit den Neuigkeiten. So. Also den zügigen Schritt machen hier. So den Laubens da hinter uns haben. Je eher ein Fernfahrer wieder sitzt, desto besser, desto wohl er fühlt, dass ich. Wenn man da so ein Truck fährt. Ja. Aber dich ja. So. Geladen. Hammer. Ladestelle gleich Entladestelle. Das ist eine ganz einfache mathematische Wurmel. Und ich habe wieder eine kleine ja eigentlich Neuverkehrstour kann man schon fast sagen. Ich will den Trailer ungern so eng rumziehen und ich glaube in der Firma müssen wir das auch gar nicht machen. Ich will ihn hier nicht 90 Grad rumzerren. Das ist nicht gut für die Reifen. Für die Trailerreifen. Obst, hat es ein bisschen lauter geknackt, glaube ich. Leider sehe ich jetzt nicht, wo wir auf Kurs sind hier. Auf der linken Seite, weil ich zu spät in den Spiegel geguckt habe. Ja, wenn man zu eng rumzieht, ziehen wir die Reifen vom Auflieger über die Flanken. Da kommt dann das sogenannte Radieren zustande. Das kommt eigentlich immer zustande, nur je stärker der Winkel ist. Also das kommt immer zustande, wenn man um eine Kurve fährt. Nur je stärker der Winkel ist, desto krasser ist das eben. Deswegen möglichst große Bögen fahren. damit wir da nicht zu viel Verschleiß haben. Freunde des internationalen Guter Fernverkehrs. Damit verlassen wir jetzt die Firma Postbeat. in Varkaus in Finnland und mit dieser Tour verlassen wir auch generell den Start Finnland. Das war aber jetzt sehr optimistisch von dir. Busfahrer. Traue ich auch nicht weiter, wie ich sie sehe. Ja, ihr seht es vielleicht auch schon im Cockpit, dass die Liftachse nach oben ist. Habe ich nicht vergessen. Wir sind halt einfach wieder relativ leicht. Wir sind relativ leicht. haben Ölfilter geladen. Ölfilter. Der A-Flieger ist bis nun das Dach voll. Und haben trotzdem nur 12 Tonnen Ladung. Ist eben leicht. Das Zeug ist eben leicht. Ja, und unser Ziel ist so am morgigen Tag in Valka in oh, wir wollen kurz abbremsen hier in Valka in Lettland aufzuschlagen. Valka eine Stadt die genau auf der Grenze ist zwischen Estland und Lettland. Es gibt Valka mit G geschrieben mit G wie Gustav. Das ist noch auf der Seite von Estland und dann gibt es noch das Valka mit K wie Kaufmann. Da fahren wir hin. Das ist dann schon die lettische Seite. So. 511 Kilometer sind das zuzüglich. 85 Kilometer Seeweg in etwa 10 Stunden Fahrzeit angedacht. Plus Fernüberfahrt weiß ich allerdings offen gestanden jetzt nicht wie lange die dauert. 2,09 Euro pro Kilometer ist die Vergütung und mit ein paar Zuschlägen und halt die 180 Euro für die Fähre. Das kommen wir dann so mal auf eine Gesamtvergütung von 1350 Euronen. Ja, Euronen. Aber Leute, Zeit spielt keine Rolle. Wir können ja jeden Tag zu jeder 1. Uhrzeit ausschlagen. Von daher schon mal kein Stress. Und daher kein Stress. Deswegen muss ich aber halt nicht unbedingt jetzt hier mit 20 über die Hörnstraße fahren. Streckenführung. Ihr seht es gerade im Navi. Wir fahren hier die 5 Richtung Süden wird dann zu E75 Richtung Lati nach Helsinki richtig nach Helsinki rein an den Hafen. Von da aus geht es dann mit der Fähre nach Estland rüber nach Talinau. Talino oder Talen glaube ich. Irgend so ist Estland halt und von da aus geht es dann auf die E263 Richtung Tartu hieß das und dann auf die E264 das erkunde ich mir recht gut merken nach Valkar beziehungsweise Fall Valkar also ein halt mit G das andere mit K ist schon was ich eben erklärt habe fahren wir erstmal rüber hier dass wir den rückläufigen Verkehr äh den hinterherfahrenden Verkehr die Möglichkeit geben können zu überholen der wiederum gibt einen Scheiß drauf aufgrund der Tatsache aber dass wir nun hier auf dem Kreisverkehr treffen und ich nicht wirklich Bock habe einen zweiten Sattelzug also neben mir einen zweiten Sattelzug zu haben im Kreisverkehr verzichten wir auch aufs Ueholmanöver halten den Zebrastreifen bitte frei aber wenn er nicht beschildert ist oh schön uh die Böttstein keine gezogen hier hau ab hier mit einem Duff der blinkt ja nun hau ab mit einem mit einem kleinen mini bus ich gebe hier kitt also es kann einen irgendwann auch mal nerven wollte ich nochmal so gesagt haben zu gütig von dir zu gütig gütig Oh, schöne Landschaft hier, ist halt Finnland. So, mal ganz kurz gucken, wegen unserer Fahrzeit hier, Tempolimits auch nicht, dreieinhalb Stunden, wäre natürlich schön, wenn wir es bis an die Fähre schaffen würden, in dreieinhalb Stunden, wäre toll, würde ich mich freuen. Also so 19.30 Uhr sollten wir uns dort einfinden, würde ich jetzt grundsätzlich auch mal als lösbare Aufgabe auffassen. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Je nachdem, wie gut wir hier durchkommen. Oh, oh. 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 ein jübers kühler war man schon mal wo wir müssen die spur wechseln gar kein lichter in den wir sind in finland das ist auch nicht gut ja finland norwegen wir sind so länder wo ich mich versuche richtig an die lichtpflicht zu halten nicht vielleicht aber generell in skandinavien ja überall aber gerade finland und noch schlimmer ist eigentlich nur wegen die sind da eben sehr sehr streng dass da wirklich ablässlich dann ist die anderen tolerieren eigentlich größtenteils aus tagfahrlicht mein tag ist es ja tagfahrlicht aber finland norwegen sind da etwas spitzer drauf wie gesagt finland noch nicht ganz so schlimm aber nur wegen nur wegen die wurde mal so berichtet und geschrieben und dokumentarisch festgehalten sage ich mal dass da eben dass die da richtig spitz drauf sind dass das ablässlich dann ist nix hier komm ich hab doch tagfahrlicht oder so ne auch in skandinavien gibt es motorräder so na gut ich würde jetzt mal sagen mit knapp zwei stunden fahrzeit blausen wir hier an diesem rasthof vorbei setzen also eine karte wochen wir noch an den hafen ankommen ob wir das wirklich schaffen das meine damen und herren seht ihr in der nächsten folge das rätsel lösen wir dann am samstag genau und ja wenn euch bis hier gefallen hat lasst mir ein däumchen nach oben da abonniert kommentiert was es sicher hält und ich hoffe wir sehen uns dann am samstag der nächsten folge wieder bis dahin rechts grüßt die leute macht's gut ciao